Heute ist Endlevel und wir haben hier den unglaublichen Gummiball! Ach krass, das ist nur das Blut denn, man. Gummiball, Junge! Was stimmt nicht mit denen? Ich bin gerade mit so ne Chance gefeiert. Was stimmt nicht mit dir, ist die Frage, Peter! Ich bin gerade leicht weggenommen. Wir haben nur die Bälle um den scheiß normalen Gummiball gepackt, oder? Ich bin wirklich! Ich bin wirklich!